Also wir haben so bis heute mal das Achte gehabt, ja, welche in die Mongolei gewesen sind, also die ganze Religion und die Stadt, die Regierung geführt hat, ja. Wer ist gestorben und wiedergeboren, und diese wiedergeborenen Leute ist der, der aufgefahren ist. Und darüber ernten wir, die Museen, die Industrie und so. Vielen Dank.